Ey, ne, ich will den nicht runterfallen, ne? Ich hab keine vernünftige Waffe. Ich hab keine vernünftige Waffe. Du kannst mich jetzt mal fett in Ruhe lassen. Ey, ne. Ne. Nein, ich geh hier sowas von drauf. Oh, fuck. Ja. Zehn Munition. Zehn Munition. Zehn Schüsse. Die kommen mich mal fett. Fuck, da war noch einer. Ich muss hier weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Ich muss hier richtig schnell weg. Na, lass mich in Ruhe. Ich muss einfach laufen. Kiege, na. Nein. Jetzt kann ich hier an der Zeit so Plattformen ablassen, oder wie? Ist hier nirgendwo Munition? Oh, Pistole. Ja, schön. Schön, dass du dich so für mich interessierst. Aber, ich hab keine Munition. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht irgendwie fighten gegen euch. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so angenehm. Ey, das Licht. Nicht ins Licht, Kiegen. Ich bin so hohl. Ich bin so hohl. Ich bin so hohl. Wieso bin ich da runtergejumpt? Ja, vielleicht weil ich da drauf muss, aber noch nicht so. Oh nein, es gibt noch so einer. Er kriegt fett mit der Waffe einen rübergeknallt. Und schon wieder hab ich keine Munition. Ich hab kaum Leben und ich bin gleich kaputt. Ist doch ein richtig schöner Anfang hier. Hast du die wenigstens Leben? Nein. Ich soll jetzt noch Granaten um mich... Schutzpanzerung. Okay, das ist schon mal gut. Echt nicht. Ey, hier mehr hab ich nicht. Ey. Boah. Ich hab nur meinen Sniper und das war ein Hohlscope. Der Sniper ist meine einzige Rettung. Ey, ne. Wo bist du? Ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Echt nicht. Echt nicht. Ich will ins... Ich will ins Licht. Da. No Scope. Passt nun da vorn. Lauf, lauf. Ins Licht, ins Licht, ins Licht. Ne. Ne. Ne, 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 ne. Keegan, ich muss zu dir. Drück. Na. Ich hab keine Munition mehr. Kann ich hier so kaputt boxen oder wie? Snakefist. Schlangenfaust? Ey, voll kaputt geboxt. Ey, Medic. Oh, Gott sei Dank. Aber keine Munition. Ja, das heißt wohl. Ich muss das hier alles kaputt boxen. Und so Facekick und all das. Anders kann ich das hier jetzt nicht mehr schaffen. Wenn es noch Soldaten kommen, ganz viele, die auf mich einschießen. Sofort, instant kaputt. Ich hab schon Schlüsse gehört. Nice. Wir sind sowas von fett kaputt. Sniper. Hahaha. Jetzt geht die Party ab. Was passiert jetzt? Was passiert hier? Okay, das Tor geht auf. Und wie darf ich einen Sniper bekommen? Kommen jetzt viele Gegner auf Entfer... Ah. Aha. Speichere da... Computer nicht abschalten. Ne, ich hatte... Da war der doch. Komm hier rühren. Komm her. Ich hab dich hier sehen. Da hinten. Headshot. Ja hier, Snipe Pro, hab ich doch hier gesagt. Da oben. Und der wär auch Geschichte. Hier ist noch mehr Munition. Hindernis. Sicherheitsabschaltung eingeleitet. Bahn deaktiviert. Ne, 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 ne. Nicht deaktivieren. Werfen sie die Fracht ab. Okay. Ich denke, da muss ich jetzt da hoch. Wir gehen einfach mal hier runter. Nehmen die Schutzfläste und das Medic. Ja, und so kriegen wir auch wieder unsere schöne Munition. Da sind wir doch gerettet. Und müssen nicht hier... Auf dem Weg nach Still Island drauf gehen. Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du. Ich hab nicht gesehen. Ah, da hinten. Und der wär auch kaputt. Ne, hier, ihr macht alle nichts. Ich brauch noch die Munition von denen hier. Ne. Ne, ne, jetzt. Jetzt sind die... In der Luft kaputt gemacht. Wo, 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 wo. So, du bist auch kaputt. Wenn jetzt noch mehr von diesen Bodentypen sind, mit Stromgewehren, bin ich kaputt. Das sieht aber nicht so aus. Scharfschützengewehren, mehr Munition. Da war was. Da war was. Das hab ich hier sehen. Aber wo? Wo bist du? Wo ist der? Da hinten ist was. Das ist schon mal auf dem Rückweg. Ich will jetzt erstmal hier hoch. Und die Fracht abwerfen. Ach, da. Da bist du. Bam. Ja, hier. Ich will die Fracht doch abwerfen. Okay. Geht doch. So. So. Wieso Raketen... Ich hab so'n komisches Gefühl. Erstmal Sniper rausholen. Oh, fuck. Was war das? Hier sind überall jetzt Kollegen. Ey. Ey. Ey, ne. Ey. Das geht jetzt nicht klar, dass ich alles nicht treffe. So, jetzt aber. Wo sind die alle? Ich muss irgendwie auf die Bahn kommen. Aber wie mach ich das jetzt am besten? Ich geh einfach jetzt mal hier runter. Und merke, dass ich von hier unten nix machen kann. Und jetzt gefickt bin, weil ich ohne unter Beschuss zu sein nicht mehr hochkomme. Bitte überlebt das. Bitte überlebt das. Bitte überlebt das. Bitte überlebt das. Oh, da kommen schon die ersten Schüsse. Ich lauf einfach. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ach, da unten. Wie er sagt das doch gleich. Öh. Ach, von da auch. Ey, den wollte ich schon einen Schuss in der Luft kaputt machen. Dann mache ich den halt so kaputt. Ey, ne. Muss wechseln. Muss wechseln. Kurze Distanz. Ganz schlecht. Okay. Schrotgewehr, Leben, Gesundheit, Scharfschutz, Munition und noch eine Schutzweste. So, jetzt kannst ich mich hier auch wieder vernünftig wehren. Und krieg dir genug Munition. So, sie geht auch noch kaputt. Ich hab wieder genug Munition. Wo bist du? Nicht explodieren. Oh Gott, keine Munition mehr. Noch Raketenwerfer und... Ach, da haben wir wieder. Wie sie explodiert hier alles. Die ist kaputt. Ich will hier einfach nur weg. Ich muss Kigen retten. Kigen vor allem mal retten. Ganz kurz muss ich mal was trinken. Ich mach einfach so ganz kurz die Aufnahme weg. Das ist ja kein Ding. Oh, die Aufnahme war doch an, aber ich hab irgendwie nur die FPS-Zahl weggemacht. Da dachte ich, dass ich die Aufnahme nicht weggemacht habe. Da waren nur ein paar Sekunden ich getrunken habe. Ihr habt es wahrscheinlich gehört, aber wenn nicht, dann ist auch okay. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. So, jetzt kommen wir hoffentlich endlich ins Still Island. Ich habe mich überlegen. Wenn ich sie heute mal beteze. Untertitelung des ZDF, 2020